Also prinzipiell müsste sämtliche Zahnbehaltung weltweit in dieser Form geschehen, denn die Freundlichkeit, die Kompetenz, der Workflow, das ist eigentlich nicht zu toppen, also besser geht's eigentlich nicht. Beim ersten Mal hatte ich noch Angst und jetzt bin ich schon ein bisschen traurig, dass ich gehen muss. Es ist also wirklich, man fühlt sich gleich komplett angenommen und es ist wirklich toll. Zahnarztbehandlung auf höchstem Niveau. Also wenn das Europas beste Zahnklinik ist, dann glaube ich, das ist die weltweit beste Zahnklinik. Ich bin davon überzeugt, ich war noch in keiner anderen. Nein, aber Spaß beiseite, wirklich. Man braucht sich um nichts kümmern. Es wird einem die Angst genommen. Das ist das Schöne dran. Wie gesagt, am Anfang war ich Angstpatient und jetzt bin ich ein bisschen trauriger Patient, weil ich nach Hause fahre.